Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Produkttest. Heute stelle ich euch den Einhell Mähroboter Freelexo CAM500 Power Exchange vor. Den Link zum Produkt mit Rabatt und Kundenbewertungen findet ihr in der Videobeschreibung. Der Einhell Freelexo CAM500 ist ein moderner Mähroboter, der für Rasenflächen bis zu 500 M2 konzipiert ist. Er gehört zur Power Exchange Familie, was bedeutet, dass ihr die Akkus innerhalb dieser Serie austauschen könnt, was zusätzliche Flexibilität und Kosteneffizienz bietet. Ein herausragendes Merkmal des Freelexo CAM500 ist die integrierte Kamera, die für eine präzise Navigation und zuverlässige Hinderniserkennung sorgt. Diese Technologie stellt sicher, dass der Mähroboter effizient arbeitet und dabei Hindernissen ausweicht, um ein gleichmäßiges und gründliches Mähergebnis zu erzielen. Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku ermöglicht eine lange Betriebsdauer, sodass der Mähroboter auch größere Flächen in einem Durchgang mähen kann. Nach getaner Arbeit kehrt der Freelexo CAM500 automatisch zur Ladestation zurück, um sich aufzuladen und für den nächsten Einsatz bereit zu sein. Die Bedienung des Mähroboters erfolgt über eine benutzerfreundliche App. Mit dieser könnt ihr Mähzeiten planen, den Status des Roboters überwachen und Einstellungen wie die Mähhöhe anpassen. Die App bietet auch Funktionen zur manuellen Steuerung des Roboters, falls ihr bestimmte Bereiche gezielt mähen möchtet. Ein weiteres Highlight ist die einstellbare Schnitthöhe, die es euch ermöglicht, die Höhe des Rasens nach euren Wünschen anzupassen. Die scharfen Klingen sorgen für einen sauberen Schnitt und fördern das gesunde Wachstum des Rasens. Der Einhell Freelexo CAM500 verfügt über verschiedene Sicherheitsfunktionen, darunter Hebe- und Kippsensoren, die den Roboter sofort stoppen, wenn er angehoben oder gekippt wird. Der Stoßsensor erkennt Hindernisse und navigiert sicher um diese herum, um Beschädigungen zu vermeiden. Zusammengefasst bietet der Einhell Freelexo CAM500 eine effiziente und moderne Lösung für die Rasenpflege. Mit seiner präzisen Navigationstechnologie, der leistungsstarken Akkulaufzeit und den vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten ist er die perfekte Wahl für alle, die einen gepflegten Rasen ohne großen Aufwand wünschen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal für weitere Produkttests. Bis zum nächsten Mal.